In dieser Lektion geht es um den menschlichen Beitrag zum Klimawandel, darum zu verstehen, woher Emissionen kommen, und zwar einmal nach ganz grundsätzlichen Treibern und einmal differenziert nach räumlichen, zeitlichen und sozialen Gesichtspunkten. Im Folgenden schauen wir uns also vier Dinge an. Einmal einen analytischen Zugang zu Emissionen über die sogenannte Kaya-Identität, einmal die regionale und zeitliche Dimension von CO2-Emissionen weltweit, einmal die soziale Dimension von CO2-Emissionen und schließlich die Frage nach individuellen versus gesellschaftlich- politischen Verantwortungen für diese Emissionen. Wie man in der Abbildung sieht, bekannte Grafik, das ist eine Messreihe der CO2-Konzentrationen der Atmosphäre in Hawaii. Wie man sieht, steigen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die CO2-Emissionen ungebrochen. Auch wenn es in der Covid-Krise einen leichten Rückgang gab, der macht sich leider kaum bemerkbar in diesen globalen Messreihen. Tatsächlich ist im April 2021 der traurige Rekord von 420 Parts per Million zum ersten Mal auf der Messstation in Hawaii geknackt worden. Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, wo kommen diese Emissionen her, wer verursacht sie und schauen uns deshalb zunächst einmal an, was sind denn die zentralen Treiber. Und da gucken wir in die Kaya-Identität, die einen guten analytischen Zugang dazu bietet. Die Kaya-Identität, was so ein bisschen klingt wie eine Folge der alten Raumschiff Enterprise-Serie, ist nichts anderes als eine Gleichung, die Anfang der 1990er Jahre von dem japanischen Energieökonomen Yoichi Kaya entwickelt wurde, um CO2-Emissionen modellieren zu können. Diese Gleichung, die war in den Jahren von circa 2000 bis 2010 das zentrale Element, um die CO2-Emissions-Szenarien des Weltklimarats zu berechnen und ist danach auch immer noch einer der zentralen Bausteine, auch wenn da jetzt noch andere Elemente, Politik, Entscheidungen und so weiter dazugekommen sind. Im Prinzip ist diese Gleichung nichts anderes als eine Weiterentwicklung und Spezifizierung der sogenannten IPAD-Gleichung, die in den 1970er Jahren zur Beschreibung von Umweltauswirkungen von Bevölkerungswachstum, Wohlstand und Technologie entwickelt wurde. Also die Kaya-Identität. Wir beschreiben damit die gesamten CO2-Emissionen auf globaler Ebene oder auf nationaler Ebene eigentlich als nichts anderes als das Resultat von der Anzahl von Menschen, Bevölkerung und dem Wohlstands- oder Wirtschaftsniveau und der Technologie. Dabei wird die Technologie noch einmal unterteilt in Energieintensität und CO2-Intensität. Letzten Endes heißt das nichts anderes, wenn wir diese Gleichung jetzt mal als Gesamtes formulieren. Wir berechnen die gesamten CO2-Emissionen als Folge oder als Produkt von der Anzahl der Bevölkerung, der Anzahl der Menschen, dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, der Energieeinheiten pro Bruttoinlandsprodukt, also der Energieintensität, die nötig ist, um diese Wirtschaftsleistung oder Wirtschaftskraft zu erzielen und der CO2-Intensität, also der CO2-Menge pro aufgewendete Energieeinheit. So, was können wir jetzt mit dieser sogenannten Kaya-Identität machen? Auch muss man sagen, wenn auf nationaler Ebene, da kommen wir in späteren Lektionen noch zu, die Differenzen zwischen Bevölkerungsgruppen in dieser Gleichung weitgehend unberücksichtigt bleiben, lassen sich da doch einige wichtige Dinge zeigen und ablesen. Zum einen, immer mal wieder hört man die Aussage, dass man eigentlich nur das Bevölkerungswachstum in den Griff kriegen müsse, um auch die Klimakrise zu bewältigen. Das ist klar nicht so und das kann man eigentlich sehr schön mit dieser Gleichung und den Berechnungen, die man damit anstellen kann, zeigen. Auf dieser Abbildung hier sieht man Veränderungen der CO2-Emissionen in vier Dekaden 1970 bis 80, 1980 bis 90, 1990 bis 2000 und 2000 bis 2010. Aufgeteilt sind diese Emissionsveränderungen nach den zentralen Treibern, die mit der Kaya-Identität abgebildet werden. Das sind einmal der Effekt des Bevölkerungswachstums, der Effekt des Wirtschaftswachstums, der Effekt der verbesserten Energieeffizienz und der Effekt der sich verringernden oder auch teilweise erhöhten CO2-Intensität der Energieerzeugung. Wir sehen hier einen klaren Effekt und zwar den hellblauen Balken ist der Effekt des Bevölkerungswachstums abgebildet. Der ist in allen Dekaden gleichbleibend etwa drei Prozent. Wir können also sehen, mehr Menschen bedeutet auch mehr Emissionen. Aber was man sehr deutlich sieht, dass die Veränderung des Wohlstandsniveaus, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das ist der dunkelblaue Bereich, meistens sehr viel stärker ausgeprägt ist und nach den 2010er Jahren noch viel stärker gewachsen ist. Das heißt also, dass Wirtschaftswachstum oder der Ressourcenverbrauch durch unseren Wohlstand global gesehen, der schlägt sehr viel stärker zu Buche als die Bevölkerungsentwicklung. Was man hier auch sieht, sehr schön, ist, dass eigentlich die wachsende Energieeffizienz und die sinkende CO2-Intensität, das sind die gelben und roten Bereiche, dass die das Bevölkerungswachstum im Prinzip komplett kompensieren, aber nicht das Wirtschaftswachstum. Das zweite Interessante ist, seit den 1990er Jahren wächst die Wirtschaft in vielen sogenannten Schwellenländern sehr viel stärker als die Energieeffizienz beziehungsweise die CO2-Effizienz. In den reichen Industrieländern wächst die Wirtschaft langsamer. Da haben wir den Effekt, dass wachsende Energieeffizienz und sinkender CO2-Einsatz zur Energieerzeugung, die das Wirtschaftswachstum kompensieren können, in vielen Schwellenländern, in denen große Produktionsanlagen stehen und in die Industrialisierung verlagert worden ist in den 1980er, 90er und 2000er Jahren, reicht das nicht, da steigen Emissionen. Besonders deutlich wird das, wenn wir uns diese Daten über einen längeren Zeitraum ansehen, also die CO2-Emissionen insgesamt, das Bevölkerungswachstum und die Veränderung von Wirtschaftskraft oder Wirtschaftswachstum und die Energieeffizienz und CO2-Effizienz. Da wird dann deutlich, dass das Bevölkerungswachstum insgesamt die Emissionen nach oben bringt. Das sieht man an der geraden, fast linear aussehenden Kurve, das ist die Bevölkerung. Die oberste Linie hier sind die gesamten CO2-Emissionen. Die Linie dazwischen bildet das Wirtschaftswachstum ab. Daran sieht man sehr schön, dass die Veränderungen in den Emissionen mit Veränderungen im Wirtschaftswachstum assoziiert sind. Drittens, hier werden auch zentrale Stellschrauben klar, die wir in der Hand haben, um Emissionen schnell zu senken. Die Bevölkerungsentwicklung kommt dafür kaum in Frage, denn die reagiert sehr, sehr träge und sehr, sehr langsam. Das kennen wir aus der Demografie und aus den vergangenen Jahrzehnten. Das Wohlstandsniveau oder auch die Wohlstandsverteilung zu ändern, wäre aus Sicht von Aspekten der Klimagerechtigkeit eine gute Idee oder wünschenswert. Die Frage ist, ob sich da Mehrheiten erzielen lassen auf politischer Ebene. Also eine grundsätzliche Änderung der Bedeutung des Wirtschaftswachstums für unsere globalen Systeme. Die Energieeffizienz, die sieht man, ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. Sprich, der Energieeinsatz ist gesunken für die Erzeugung von Gütern, von Dienstleistungen, Waren. Die Energieeffizienz ist also gestiegen. Da ist auch deutlich noch Potenzial, aber das ist nur begrenzt da. Jede zusätzliche Steigerung der Energieeffizienz ist mit Kosten verbunden und das ist nur bis zu einem gewissen Grad auch machbar und umsetzbar. Bleibt die wichtigste Stellschraube, die CO2-Intensität, also der Einsatz von fossilen Energieträgern zur Energieerzeugung. Da sind wir noch nicht wirklich weit. Das sieht man in den Abbildungen da sehr deutlich. Da gibt es noch viel zu tun und das ist die Stellschraube, mit der wir auch sehr schnell tatsächlich aus den Emissionen rauskommen oder die runterkriegen. Im nächsten Video schauen wir uns dann die räumliche und zeitliche Verteilung der Emissionen auf globaler Ebene an. Ich danke für die Aufmerksamkeit.